Organspender Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mach so, aber Herzlich willkommen bei den RC Guys. Den Typhon haben wir komplett geschwottet. Wir werden jetzt die Teile ausbauen und in einen Arma Limitless werfen. Denn gefühlt jeder und seine Oma haben schon Arma Limitless gebaut. Also warum sollten wir das nicht auch tun? Das hier ist übrigens unser Erstlingswerk, also geht nicht zu hart mit uns ins Gericht. Wir werden das Ganze noch stark verbessern, aber wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Und dann können wir das nächste Malung machen. Schöpfchen. 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 Körnchen. Schöpfchen. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018